Grüß die Vala, liebe Gemeinde, herzlich willkommen zum ersten richtigen Kapitel des Silmarillion von J.R.R. Tolkien. Die beiden bisherigen waren ja nur so eine Art Warm-up. Heute geht's um Krieg und die Straßenbeleuchtung von Mittelerde. Mit dabei sind wieder die Vala, siehe letztes Video, sowie Melkor und seine Monster. Die Vala sind ziemlich genervt, zum Beispiel Yavanna hier. Ja, wir sind ja noch dabei, Arda, die Welt hier fertigzustellen. Und wie das Arschlochkind im Sandkasten macht der Melkor ständig alles kaputt mit seinem Krieg. Ich krieg echt schlechte Laune. Und ich gewinne und bin dann der Boss hier in Arda. Da hört man aus der Ferne ein Lachen. Ich war gerade noch im Himmel bei Iluvatar und hab gehört, hier gibt's richtig Spaß. Wo ist denn dieser Melkor? Dies ist Tulkas, der im Sinne des Wortes streitlustigste unter den Vala. Und dieser Faustkampfexperte verkloppt den Melkor jetzt. Aua! Yes! Hey, super! Herzlich willkommen, Tulkas! Grrrr, dann setze ich mich jetzt erstmal auf die stille Treppe. Ich meine ins Dunkel, außerhalb von Arda. Und Yavanna, die Botanikexpertin, so, so, endlich ein bisschen Ruhe und ich kann aussäen, was ich vorbereitet hab. Aule, Schatzi? Äh, ja. Du, es ist hier echt zu dunkel zum Arbeiten. Kann ich mal ein paar Baustrahler haben? Nee, also wenn, dann machen wir das jetzt hier richtig. Zwei große Leuchten, die schön hell machen in Mittelerde. Eine im Norden hier, das ist Illuin. Und im Süden, die heißt Ormal. Wow, das ist ja super hell. Da geht ja das Grünzeug ab wie Schmitzkatze. Apropos, es tauchen auch viele Tiere auf. Und die Vala alle so, wow, das ist voll schön, Yavanna, vielen Dank. Dann wohnen wir doch jetzt mal auf dieser Insel Almaren im großen See, mittendrin in Mittelerde. Und da richten sie sich hübsch ein und machen wir so, gute Arbeit, Leute, alle zusammen. Jetzt machen wir erstmal ein Fest. Und diese Mutter aller Partys ist gleichzeitig die Hochzeit von Tulkas und Nessa. Ja, ich will, ja, ich will auch. Und von der ganzen Aufregung müde schläft Tulkas erstmal ein und ist nicht wachsam. Während die Vala derart abgelenkt sind, steigt hoch im Norden Melkor mit seiner Bande wieder über die Außengrenzen von Arda. Das ist die ideale Gelegenheit. Holt den Spaten raus, wir graben uns ein und nennen das die große Festung Utumno. Und pumpt schon mal das Gift rein. Wir bauen Schlamm und Sümpfe und Mücken. Und die vorher netten Tiere in Mittelerde mutieren langsam aber sicher zu Monstern. Und das Grünzeug stirbt einfach ab. Das fällt den Vala natürlich auf. Oh nee, wo ist er? Kuckuck, Attacke! Melkor startet einen Blitzkrieg, schmeißt die Lichter um. Och, Menno! Und bevor sie ihn schnappen können, flieht er nach Utumno. Boah, der hat alles kaputt gemacht, der Arsch. Es ist kaum noch was übrig von Mittelerde. Und wir kriegen die nicht, er ist in seiner Festung. Also ich baue das jetzt nicht alles wieder auf, wenn er dann alles wieder kaputt macht. Okay Leute, neuer Plan. Wir ziehen jetzt ganz in den Westen von Arda nach Amman. Das machen sie. Und auf diese Weise ist übrigens klar, dass Mittelerde zu diesem Zeitpunkt jedenfalls eine Scheibe ist. Denn ein Ozean fließt um alle Länder. Das geht ja nur, wenn es eine Scheibe ist. Okay, wir stapeln uns hier an die Küste ein Riesengebirge, die Pelori, zur Verteidigung gegen Melkor. Dahinter machen wir es uns dann schön. Ja, und so wird es gemacht. Dahinter ist dann Valinor mit seinen Palästen, Gärtentürmen und der Hauptstadt Valmar. Vor den Toren der Hauptstadt gibt es einen schönen grünen Hügel. Und Yavanna fängt hier an, ein Lied zu singen. Alle gucken zu und sind ganz beeindruckt. Da sprießen zwei Bäumchen. Zuerst einer mit dunkelgrünen Blättern, dann einer mit hellgrünen Blättern. Und sie kriegen Blüten. Der dunkelgrüne kriegt silberne Blüten, der andere kriegt goldene Blüten. Und alle nur so, wow. So, das hier sind unsere neuen Lichtquellen. Nichts gegen deine Leuchten, Schatz. Ja, warum denn? Ich bin ganz beeindruckt. Die hier funktionieren rhythmisch. Sieben Stunden blüht der eine voll auf und wieder ab. Sieben Stunden der andere voll auf und wieder ab. Und eine Stunde überschneiden sie sich. Telperion mit den silbernen und Laurelin mit dem goldenen Licht. Dieses Licht tropft wie Tau von den Blüten und sie können es auffangen und Lichtvorräte anlegen. Wow, das ist echt super. Und so beschäftigen sich die Vala erstmal mit ihrem neuen Land, das hübsch ausgeleuchtet ist. Und in Mittelerde haust Melchor im halbdunkel unter Sternenlicht. Und der Aule so, ja, also mir ist es recht. Ich kann hier genauso basteln. Und Manwe sagt, ich lasse Mittelerde ja nicht unbeaufsichtigt. Ich habe da meine Agenten, Geister, Adler. Wir müssen ja schauen. Irgendwann kommen da die Kinder Iluvatas her. Und der Ulmo so, mir ist es sowieso egal, was an Land passiert. Ich habe mein Unterwassermusikstudio und da mache ich meine Mucke. Und Yavanna sagt, also ich gehe schon ab und zu zurück nach Mittelerde. Die schlimmsten Schäden reparieren. Und jedes Mal, wenn sie von da heinkommt, boah, wir müssen den Melchor unbedingt platt machen. Orome, der Jäger, reitet auch immer wieder hin. Ja, ich versuche das ungeziefer platt zu machen, das Melchor da ausgesetzt hat. Aber kaum drehe ich mich um, sind die Schaben schon wieder überall. So ist das jetzt grundsätzlich mal mit der Welt. Und wir schalten nochmal kurz in die Chefetage zu Iluvata. Ja, ich wollte nur kurz sagen, die Welt ist super, ne? Diese Wohnung für die Quendi und die Atani. Die Quendi werden die Schönsten und Schönes produzieren. Die Atani kriegen ein neues Geschenk. Und was genau heißt das jetzt? Also gut, ganz simpel, ne? Die Elben sterben nicht. Es sei denn, sie werden getötet oder kriegen Burnout. Dann gehen sie in die Hallen von Mandos. Aber sie bleiben in der Welt. Die Menschen hingegen kriegen die Gabe des Todes. Die sind dann weg, wenn sie gestorben sind. Das ist ihr Geheimnis. Und eigentlich ist das was Positives. Nur hat Melchor den Gedanken an den Tod mit dem Dunkel vermischt. Und der Mann wäre so, also ich habe ja das Gefühl, diese Menschen werden ganz schöne Nerven sägen. Ja, die werden oft irren. Und irgendwie sind sie auch Melchor ähnlich. Aber genau wie er werden sie am Ende erkennen, dass alles nur Teil meiner großen Musik ist. So viel für heute an Frühgeschichte von Arda, Mittelerde und Valinor. Und das, liebe Gemeinde, war vom Anbeginn der Tage. Das erste Kapitel der Quenta Silmarillion von J.R.R. Tolkien. Vielen Dank.